Ute Schön will im Pullheimer Walzwerk einen Esstisch sowie sechs Sessel verkaufen. Als die 75-Jährige das TV-Studio betritt, haben es sich Experte Sven Deutschmanek und Moderator Horst Lichter bereits auf dem Mobiliar gemütlich gemacht. Ich ziehe demnächst in eine kleinere Wohnung, da habe ich keinen Platz mehr, diese großen Sessel unterzubringen, erklärt die passionierte Lehrerin den Grund dafür, warum sie die Sitzgruppe jetzt gerne loswerden würde. Satte 9100 Euro erhofft sich die Seniorin für ihre Designerstücke. Damit wolle sie ihren Umzug finanzieren, wie sie sagt. Doch ist die Summe überhaupt realistisch? Auf die folgende Expertise von Deutschmanek hätte Ute wohl lieber gerne verzichtet. Der 47-Jährige stellt klar, dass die Garnitur zwar in einem tadellosen Zustand und dazu noch von einem guten Hersteller sei, jedoch noch lange keine Antiquitätenware. Er datiert die Herstellung auf das Jahr 1990. Der Wunschpreis der Verkäuferin ist damit auf keinen Fall mehr zu erzielen. Der Sachverständige taxiert den Wert der Sitzgruppe letztlich auf 4700 bis 5300 Euro. Ein herber Dämpfer. Verkaufen will Ute trotzdem. Sie betont, ich muss umziehen, das hilft alles nix. Von Lichter erhält sie daraufhin die heißbegehrte Händlerkarte. Hätte die Kölnerin gewusst, wie es weitergeht, hätte sie wohl freiwillig darauf verzichtet. Im Verhandlungsraum kommt es nämlich zum finalen Schock, mit dem weder die Kandidatin, noch die Zuschauer rechneten. Zuerst wirken die Händler interessiert, doch dann, für mich ist es leider nichts, stellt Walter Waldi-Lenatz klar. Und auch den anderen potenziellen Käufern ist das Ensemble einfach nicht antik genug. Kurzum, keiner der Händler gibt am Ende ein Gebot ab. Ute Schön ist entsetzt und ringt sichtlich um Fassung. Noch im Händlerraum zeigt sie ihre Enttäuschung offen. Das ist heftig. Mit einem müden Okay, verabschiedet sie sich anschließend. So bitter es auch ist, die Rentnerin muss ihre Sitzgruppe wieder mit nach Hause nehmen.